. Die Bühne hat der Klingel und die Bühne hat der Klingel und die Bühne hat der Klingel. Die Person auf der Nordtribüne, bitte unterlasst sofort das Abrennen von Videotechnik und Zipp von Bernhard. Beim Verständnis für eure Enttäuschung und eure Wut und Gewalt die falsche Antwort. Bitte bleibt vernünftig. Kommt mal die Wiederholung und dann lasst sofort das Abrennen von Kyrotechnik. Die 20-Mixer, verpiss dich! Ja, mein Gott! Mein Volkender! Verpiss dich! 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 Das war's. Das war's. Das war's für heute. . Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.